Hallo Leute, willkommen! Und... Ich weiß nicht, bis welche Stelle ich gespielt habe, aber... Ich glaube, hier war das. Ich war kurz vorm Ziel und ich bin trotzdem gestorben. Okay. So. So. So, geschafft! Yeah! Dun 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 dun! Okay, ich hoffe, es kommt nichts mehr von diesen komischen Viechern. Kein Bock mehr auf die. Spiel speichern, ja. Aber wo führt mich dieses Rohr hin? Wo führt mich dieses Rohr denn hin? Vielleicht so eine Spezialwelt. Was zur Hölle? Es gibt eine Welt? What the fuck? Ich bin jetzt... Ich bin jetzt durcheinander. Ich bin jetzt durcheinander. Ähm, ja. Glück gehabt. Ähm, wieso kommt da... Wieso kommt da nichts? Ähm, okay. Die erste Welt? Hä? Ich dachte... Ach, egal. Egal, was ich dachte. Das ist sowieso jetzt falsch. So. So. Ach, du heilige Kacke. Ähm... Ich bin jetzt... Ist es geschafft? Okay, geschafft. Huh. Huh. Irgendwie noch geschafft. Okay. Anscheinend ist es nicht der letzte Part, weil es noch irgendwie was noch mehr kommt. Scheiße. Es kommt noch mehr. Von diesen Welten. Aber wieso ist alles verdeckt? Bin ich auf dem Mond? In der Wüste? Wieso? Warte, wieso bin ich gar nicht... Ach, egal. Diese eklige Sonne verfolgt mich wieder. Okay. Aber wir müssen... Was passiert, wenn ich jetzt dieses andere Rohr benutze? Komme ich dann sofort zum Boss? Oder wie jetzt? Okay. Okay. Was war in dem mittleren Rohr wieder? Okay. Ich hoffe, es kommen keine Gegner. Dann bin ich froh. Dann ist es... Dann ist es alles gut für mich. So. So. Okay. Es kommen keine Gegner. Aber eine Truhe mit einer... Feder. Wenn ich eine Feder darstellen soll. Das sieht doch wie ein Ottoschwanz für mich. Okay. Jetzt gehen wir mal das andere Rohr besuchen. Denn, 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 denn. Machen wir das hier. Und so. Und sehen uns mal an, wo uns dieses verdammte Rohr hinführt. Wie ich schon gesagt. Alles ist blind. Ich weiß nicht, wo ich hingehen muss. Ähm, so, hier rein. Okay, das heißt wohl... Heißt wohl wirklich, dass ich ein paar Welten machen muss. Aber wieso müssten genau solche Viecher vor meinem Weg sein? Auf die habe ich so dauernd keinen Bock. Egal, jetzt kommt die zweite Welt. Danach kommen... Ich hoffe, es sind nicht so viele Welten. Weil auf neun Welten an dieser Welt... Keinen Bock. Keinen Bock. Da fehlt mir echt die Lust. Okay. So. Dankeschön. Und rein mit mir. Und gehen in die zweite Welt. Ich fliege... Ich versuche mal alles mal rüber zu fliegen. Wenn das geht. Hä? Wieso geht das? So. Du verfickte Sonne. Ich weiß nicht, wieso ich diese verdammte Sonne gehasst habe. Aber wieso musst du jetzt wieder auftauchen? Kein Bock auf die, Mann. Fortsetzen. Ja. Im Dunkeln hat er mich wieder zurückgeschickt. Okay. So, so, so. Komm, nochmal. Die ganze Kacke. Ähm, ja. Flieg rüber. So. Warte, was hat der Schalter gebracht? Das weiß ich gar nicht. Ach, komm schon. Mal bitte. Bitte lass mich mal hier eigentlich mal glänzen. Ich fähle nur bis seit dem Anfang des Spiels. Nein. Seit dem zweiten Part des Let's Plays immer ganze Zeit. Seitdem glänze ich nicht mehr. Im ersten Part habe ich geglänzt, aber danach nicht mehr. Hä, wozu ist das Rohr da? Achso. Okay, verstehe, verstehe. Das ist als Hilfe da. Nicht, dass mich diese verfickte Sonne kriegt. Okay. Die Hilfe werde ich jetzt gerade richtig benutzen. Wenn nicht, dann werde ich das sowieso wieder schneiden. Oh, oh. Oh, wie ich diesen Display gerade kaputt schlagen will. Komm, noch einmal versuchen. Danach schneide ich das. Bis zu der Stelle mit der Pflanze. So. Okay, ich schneide das bis zur Pflanze. Wir sehen uns gleich wieder. Also, bis gleich. Okay, weiter geht's. Ich bin ruhig. Ja. Das war mein 20. Versuch, irgendwie die Aufnahme perfekt durchzustarten, aber ich habe es geschafft. Danke, Cooper. Auch wenn ich deinen Namen nicht kannte. Wo führt mich dieses Rohr denn hin? Okay. Wir sehen uns mal das an. Oh, führt mich auf die andere Seite. Und da kommt schon ein Schloss auf mich zu. Ich hoffe, das ist nicht so bösartig, wie ich denke. Ja, es ist bösartig. Und da oben ist so eine Tür und da unten auch. Und ich bin gestorben. Tolle Sache, ich bin gestorben. Fortsetzen. Ja, Welt 8 bin ich. Ich habe 5 Leben. Okay, ich glaube, es gibt nicht so viele Welten, aber ich will das in diesem Part machen. Ich habe keinen Bock auf 15 Parts, aber... 15 Parts sind... 15 Parts sind eigentlich auch nicht so schlimm. Was zur Hölle? Hä? Was zur Hölle war das denn? Okay, machen wir einfach so. Gucken wir uns mal erstmal die Gegend an. Aber bevor sterbe ich mal. Ein Code an der Runde. Ich hasse das. Egal. Die Leute, die denken, die können mit Tastatur das sehr gut spielen, irren sich ganz gewaltig. Ich werde noch irgendwann gegen diesen Display schlagen bei diesem Spiel. Okay, komm weiter. Und so. Die Piz konnte ich gebrauchen. Egal. Ich gebe mal diese Tür da rein. Hä? What the fuck? Okay, die Tür ist eine Falle. Merke ich mir. Merke ich mir. Ey, das will ich noch in diesem Part schaffen. Und so. So. Just what I need it. Fick dich doch ins Knie. Kack ganz alt hier. Ach, scheiße. Ich brauche hier Mario. Da muss ich groß sein. Deswegen muss ich mich umbringen lassen. Jetzt wieder ein Game-Over-Screen. Okay, nicht die Speed-Dasse drücken. Ich lasse es einfach. Komm. Fortsetzen. Okay, ich weiß jetzt. Ich muss groß sein. Ich bin großartig dafür. Das weiß ich schon. Aber das durchzusetzen, das ist das einzige Problem. Deswegen wird dieser Part ein bisschen länger sein als die anderen und die vorjährigen verdammten Farz. Ach, komm. So eine Kacke. Wieso muss ich immer so stürmisch sein? Okay, hier ist ein Pilz, den ich brauche. Ich kann mir gleich die Kugel geben. Ich kann mir gleich die Kugel geben. Das hat keinen Sinn. Was ich gerade versuche, hat echt keinen Sinn jetzt. Außer, wenn ich so mache. Außer, wenn ich so mache. Dann hat mein Leben einen Sinn. Nur wenn ich so mache. Dann nicht mehr. Okay. 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 Ich glaube, ich habe das System rausgefunden. Ihr bestimmt auch schon längst, schon längst habt ihr es rausgefunden und fragt euch, was macht da nur Pia. Ja, ich versuche es zu Let's Play. Ich will meine Skills hier zeigen. Ha, ha, ha. Toller Witz. Ähm, ja. Bring mich um. So eine Scheiße. Okay, ich versuche es aufscreenen. Also, bis gleich. Okay, also, bevor ihr, äh, also, bevor es noch richtig los geht, ich habe ein Testwort versucht, äh, also, Testwort unternommen, um zu sehen, wo ich hingehen muss und ich weiß so, ich weiß schon wo. Hier gibt es nichts zu entdecken. Gar nichts. Also, bleibt einfach auf dem Weg hier. Wird ich mich verarschen? So. Ähm, ja. Hä? Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg war, aber anscheinend nicht. Okay. Oder doch? Ich weiß es nicht. Okay, anscheinend war das echt nicht. Hä? So viele verfickte Wege gibt es hier. Hä? 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 Ach so. Dann kriege ich hier das? Habe ich da gerade einen Weg gesehen oder hat mich das gerade nur eingebildet? Ich bin so dämlich. Einfach nur dämlich. So. Ein Pilz. Dankeschön. Und hier rein. Okay, aber die sind echt nicht eingebildet. Okay, so komme ich zum Boss oder wie? Anscheinend schon. So. 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 Ich lasse Ihnen keine Chance, irgendwas zu machen bei mir. Ah. Hat ja lange genug gedauert. Hat ja echt lange genug gedauert. Ähm. Speichern, ja. Okay, das Rohr ist jetzt offen. Das Rohr wartet noch. Ich hoffe, jetzt kommt der Boss. Oder kommen jetzt die anderen Welten noch? Okay, jetzt noch das hier. Ein Panzer ist mein letzter Gegner. In diesem verfickten Kriegsland. In diesem Krieg. Werdet man sterben. In diesem Krieg gibt es keine Liebe zwischen Frau und Mann. Sondern zwischen Mann und Mann. Den, 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 den. Den, 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 den. Oh, knapp, knapp, knapp. So, weg mit dir. Okay, jetzt zielt irgendwo anders hin. Du zielst auf mich hin, du Wichser. Ähm, ja. Ich muss die ganze Zeit achten, dass mich nichts hier trifft. Okay, hier irgendwo stehen. Ist klar. Wenn ich eine ausgewischen bin, kommt die nächste hinterher. Ist klar. Kriege ich niemanden Pilz oder so? So. Wieso bin ich so vereulich? Ach, komm. Okay. Es werden dann 15 Parts geben. Also in diesem Part will ich nur das hier machen. Oder ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine viel, viel bessere Idee. Ich spiele einfach bis zu der Stelle, bis zum Boss. Und dann ist es auch besser, weil... Also, ihr werdet mich jetzt nur kurz beim Boss wiedersehen. Also, bis gleich. Okay, es geht weiter. So. So. Das ging ja schnell. Wieso bin ich davor gestorben? Ich weiß es nicht. Egal. Jetzt kommt einmal kurz ein Blick ins Bosser-Festung. Im letzten Dungeon. Und... Eintreten. Mario-Start. Die letzte Festung. Die letzte Festung. Äh. Was habe ich sonst vergessen? Hier war ein Laser. Habe ich einmal bei Bernd gesehen. Ja, Bernd dem Brot. Okay, ich muss durchziehen. Ähm, ja. Ach ja, das ist ein... Teleport-Dings. Das bringt mich wieder bestimmt dahin. Nein, das bringt mich wieder zum Anfang. Okay, ich muss darauf bleiben. So. Zum Glück habe ich das bei Bernd gesehen. Okay. Okay. Ein kleiner Versuch noch einmal. Und danach... Wie viel Leben habe ich eigentlich? Drei. Ich will mal sehen, wie weit ich hier komme. Und danach in den nächsten Part geht es weiter mit den Quedets. Mit den Quedets. Von diesen Spielen. Puh. Komm. Denn... Ach, der gleiche Fehler noch mal. Alles klar. Ach, scheiß drauf. Wir sehen uns das nächste Mal mit dem 15. Part. Tschüss.